Check, check. So, Dirk, du kommst gerade aus dem Apple Store, wie ich sehe. Jetzt drück doch mal Shift. Ja, Wahnsinn. Drück doch mal Shift. Mein Gott, wurde hier ein Geheimnis drum gemacht. Ja, sieht wirklich aus, als wäre der von Apple designt worden, der Schläger. Was haben wir hier? Und ihr habt auch schon nachgefragt, einige E-Mails, einige Kommentare. Wo ist ein Shift? Ganz was Neues. Und ganz was Neues macht immer besonders Spaß. Nur, wenn etwas ganz, ganz Neues, können wir noch gar nicht so richtig vermitteln, wie es sich denn anfühlt. Das kommt demnächst. Dann machen wir beide ein Racket-Test und spielen das Racket wirklich mal intensiv. Und werden dann auch sicherlich so ein bisschen auf das Gefühl dann eingehen und euch das dann vermitteln in dem Video, was dann noch kommt. Aber hier vielleicht erst mal Daten, Fakten. Wo wird der angesetzt? Also ist das ein Power-Schläger? Ist das eine Spin-Schläger-Kontrolle? Was kann der? Also erst mal ist das ja jetzt mal, so wie ich sehe, nicht mal eben kurz so ein Zwischenmodell, sondern da entsteht eine komplett neue Wilson-Serie. Ja, komplett neu. Ja, das heißt, es ist nicht, dass da ein Schläger mal eben kommt, der ein geiles Design hat, sondern da kommt wirklich eine ganze Serie in verschiedenen Gewichtungen. Und ist es wo anzuordnen? Also wenn wir mit den Kunden wissen, okay, ich spiele ein Pro-Stuff oder ich spiele ein Ultra. Wenn ihr euch bei Wilson auskennt, die verschiedenen Serien, wer es nicht kennt, gehe ich nochmal kurz darauf ein. Wir haben die Pro-Stuff-Serie, die eher sehr kontrollaffin ist. Dann kommt Wilson-Blade. Viel Kontrolle, klar, aber ein bisschen mehr Power schon als Pro-Stuff. Dann wäre der Shift, also sag ich mal als Allrounder, positioniert. Dann käme Wilson-Clash. Und dann käme der Ultra als Power-Maschine. Wenn ihr das vielleicht auf einer Skala sich mal vorstellen, dann ist der Shift mittig angesetzt. Also zwischen Wilson-Blade und Wilson-Clash. Aber was kann er, was die anderen nicht können? Das konnte ich mir erst gar nicht vorstellen. Ihr habt vielleicht ja schon mal in Videos von uns verfolgt, es gibt Schläger, die sind soft. Die haben die Möglichkeit, sich vorne, sag ich mal wie so ein Clash, easy zu bewegen, so ein bisschen Peitschen-Hieb mitzumachen. Es gibt Schläger, die sind sehr steif. Alles gut. Es gibt Schläger, die sind torsionsweicher oder torsionsstabiler. Das hier ist zum ersten Mal, dass ich einen Schläger so verwinden kann. Ohne, dass er hier instabil wird. Und damit könnt ihr auch, ich brauche euch keine Gedanken mehr machen über den RA-Wert. Weil den müsstet ihr dann so rummessen. Ja, genau, genau. Also, wo wir ja eh immer von Absehen sagen, Leute, lasst euch nicht verrückt machen von RA-Werten. Da gibt es unterschiedliche Sachen. Wir haben jetzt hier zwei verschiedene Modelle. Wir haben jetzt einmal 315 Gramm und einmal 300 Gramm. Du hast jetzt den 300-Gramm-Schläger in der Hand. Der hat jetzt ein Beseitungsmuster von 16 mal 20. Und, spektakulär, ein 99er Kopf. Da will ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Warum 99? Keine Ahnung. Ich kann es nicht beantworten. Welche Gründe? Vielleicht ist der von Nena entwickelt oder so. 99. Gehen wir auf die 16 mal 20 ein. Ja, jetzt kommt ja der Schocker. Jetzt denkst du, 16 mal 20. Es gehen hier zehn Seiten durch den Sweetspot. Dann denkst du, okay, naja, sollte dann ein absoluter Kontrollschläger sein und wird auf Kosten des Spins gehen. So, jetzt habe ich mir das Ding natürlich schon mal, war ich wieder neugierig, war schon mal geschnappt, ein paar Schläge gemacht und denkst, alter Dene, der nimmt total viel Spin an. Jetzt erklär mir bitte, woher kommt das denn jetzt? Ich kann es mir nur so erklären. In dem Augenblick, wo ihr jetzt zuschwingen würdet und wie ich das gerade erzählt habe, dass der Kopf sich derartig bewegen kann und ich beschleunige, dann geht ja so ein kleines Bissen. Ich hoffe, ihr könnt euch das einigermaßen vorstellen. Gefühlt hier runter und würde in der Zuschlagbewegung so ein bisschen mitwischen. Und das verleiht dem Ball, über die Seite wollen wir jetzt noch gar nicht sprechen, aber sehr, sehr viel Spin. So, für euch zum Verständnis. Ihr seht die Profispieler oder ihr macht es vielleicht selber auch. Ihr spielt diesen Windshield-Wiper, sagen immer die Amerikaner. Ihr spielt diesen Scheibenwischer hier vorne, diese Rotationsbewegung. Der Schläger hat es quasi schon in gewissen Maß eingebaut. Der unterstützt das ungemein, weil die Leute gemerkt haben, okay, es wird nicht mehr gespielt wie in den 70ern. Strecker, sondern jetzt wird gepeitscht außenrum. Machst du den Strecker nochmal nach? Mach mal. Um Gottes Willen. Ich habe Kopfkino wieder. 300 Gramm. Deshalb habe ich in den 80ern noch nie einen reingespielt. 315 Gramm. Was ist hier verändert? Natürlich ebenfalls diese Fähigkeit des Sichtbewegens, aber torsionsstabil. 18 mal 20. So, jetzt könnte man ja wieder sagen, boah, 99er Schlagfläche, 18 längs, 20 Querseiten, ähnlich wie du es da gerade schnachst. Mein Gott, ist das eng. Wie soll denn da eine Griffigkeit entstehen? Auch hier, ich habe ihn auf dem Platz noch nicht gespielt, ehrlicherweise, sondern nur bei uns hier am Simulator. Aber da wirklich mal eine halbe Stunde vor dem Rückrand alles mal gemacht, mal ein bisschen gezupft und versucht, nimmt er was an. Was mir aufgefallen ist, ein sehr, sehr entspanntes Eintauchen des Balles. Gefühlt etwas länger im Schläger drin, aber dann katapultartig und Rotation rauskommend. Das ist das, was ich erstmal hier simulieren kann, spiegeln kann. Final machen wir es auf dem Platz, wenn wir die Rakete wirklich mal intensiv spielen. Aber das hat mich total überrascht, weil wenn etwas ganz neu ist, man keinen Vergleich hatte, keinen Vorgänger und man weiß, wofür der Schläger eigentlich steht, sondern wirklich niegelnagelneu, dann ist das wirklich spannend, das Gefühl. Ja, und du siehst an den Gewichtungen schon, das ist jetzt nicht ein Schläger, der irgendwie entwickelt worden ist für rein Hobbyspieler oder irgendwas, sondern 315 Gramm bringt Wilson nicht auf den Markt, wenn sie nicht im Hinterkopf haben, okay, da sollen auch unsere Profispieler hin und die Leistungsspieler werden hier auch bedient. Beide haben den gleichen Balancepunkt von 31,5 Zentimetern. Das wird ja ab dem Griff gemessen, wo der Schläger dann in der Waage ist. Lass uns mal so ein bisschen auf haptische Dinge eingeben. Erstes Gefühl, wenn du mit der Hand hast, beziehungsweise Optik, das spielt ja alles so ein bisschen da rein. Flüssig, ja, ich finde den wirklich sehr, sehr gelungen. Wie gesagt, ich sagte, das erste, was ich ihn gesehen habe, ist er auch, es gibt jetzt neben dem iPhone auch das iRacket oder was. Das ist schon ein bisschen an Apple angelegt, würde ich sagen. Ich finde es cool, sehr, wie sagt man, puristisch. Mir wird es gefallen, das rote Wilson-W hier rein, die passende Seite, dann ist das schon ein Hingucker. Weißes Griffband, dann ist es so richtig, richtig, richtig geil. Vielleicht demnächst in eurem Besitz, vielleicht möchtet ihr das mal ausprobieren und auch dieses neue Gefühl mal erleben, weil das ist schon wirklich spannend. Von unserer Seite aus, klarer Daumen nach oben. Aber ihr kennt auch unsere Meinung, Dinge, die sich für uns gut anfühlen, müssen sich nicht zwingend immer für euch auch gut anfühlen. Und deswegen, klar, ausprobieren, testen, eigenes Bild machen, auf dem Bauch so ein bisschen höheren auch. Ja, meldet euch rechtzeitig jetzt an für die Tester, weil die Nachfrage ist schon immens. Genau. Wir haben Testschläger schon in den Stores, aber die sind auch schon sehr schnell. Ja, da habe ich auch einige Kunden darum gebeten, bitte du jetzt mal nicht zehn Tage mitnehmen. Dann bringen wir den mal nach zwei, drei Tagen zurück, weil die Nachfrage halt so hoch ist, damit jeder in den Genuss kommt, den Schläger mal spielen zu können. Vielleicht ja demnächst auch ihr. Brumberger? Ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Dann sage ich auch nichts mehr. Wieder vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und gerade hierzu mal so ein paar Kommentare, weil der Schläger, wie gesagt, das ist eine komplett neue Range. Bitte mal ein paar Kommentare von Leuten, die getestet haben und Feedback geben. Das wäre super. Würde uns drüber freuen. Bis demnächst, ihr Lieben. Ciao. Advantage U